Moment. Hallo! Hallo! Wie ihr seht, ist Vairag mit der Noob auch gestorben. Stimmt gar nicht. Ich bin schon lange tot. So. So. Ich sitze mich mal kurz. Na ganz toll, helf mir mal. Bin ich erst jetzt zu Ende. Na gut. Wir haben jetzt mehr Witze. Boah, ich habe nicht zu Ende gegessen. Ja, ich habe erfolgreich die Uni abgeschlossen. Günther, 52, Hausmeister. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich noch so weitergehen, bis wir die E-Bag-Quest fertig haben. Warte mal, lass mich mal essen. Dann gibts Bufffood. Warum geht der Sarg nicht auf? Weil ein Zuhälter drin liegt. Alles klar. Ja, ein Zuhälter. Ja, ja. Der hat den Sarg zu. Wie nennt man jemanden, der so tut, als würde er etwas werfen. Ah, kommst du drauf? Nö. Ein Scheinwerfer. Oh Mann. Egal wie leer Flaschen sind, es gibt Flaschen, die sind leerer. Verstehst du? Nee. Leerer? Ach so. Ach so. Ja, jetzt hab ich's kapiert. So. Wollen wir den Typen eigentlich töten, weil ich war ziemlich schnell um? Ja, ich möchte aber auf jeden Fall das Erz haben. Gut. Ähm, dann gibt's von mir nochmal einen. Warum können Seeräuber den Flächenenthalt eines Kreises nicht berechnen? Weiß nicht. Weil sie Pi-Raten sind. Wie nennt man ein helles Mammut? Ähm, Nehmut? Helmut, ja. Ach man, echt? Ja. Ach so, hat ein bisschen gedauert. Oh Gott. Was ist das Gegenteil vom Katalog? Ähm, ähm, warte. Nö, weiß ich nicht. Äh, Katja sagt die Wahrheit. Ah, ich greife hier zwei an. Wir brauchen die Eber. Ja. Was ist das, ein Keks unterm Baum? Geschenk. Hm? Ein Geschenk. Ein schattiges Plätzchen. Was machst du heute Abend hier aus? Ach. Was sind die teuersten Tomaten? Hm. Ich weiß nicht. Geldautomaten. Ah ja. Die sind so blöd. Was heißt auf Russisch Baum? Baum? Hm. Keine Ahnung. Dimitri. Ah, wir müssen eigentlich kurz... Was, müssen wir kurz? Checken. Ach so, ich dachte schon kurz hier, kurz aufhören. Wir sind gerade drei Minuten. Die Dornen wirker wandern ganz drüben. Also müssen wir jetzt einmal den ganzen Weg wieder rüberlaufen. Ja, alles klar. Wir haben ja schon sechs gekillt. Ja, Gott. Was sagt ein arbeitsloser Hollywood-Star? Hm, weiß nicht. Morgan Freeman. Ja, Mann. Was ist grün und sitzt auf dem Klo? Kein Schimmer, Alter. Ein Kaktus. Alter. Oh, Mann. Warum müssen wir so dumme Quests machen? Oh, da, Don Birker. Greif an! Wall-E. Treffen sie an. Geht ein Cowboy zum Friseur. Kommt wieder raus. Von Quatsch, ey. Den habe ich auch schon mal gehört. Ich kenne so einen richtig fiesen Cowboy-Witz. Was macht ein Clown im Büro? Faxen. Ja, witzig. Ui, 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 ui. Warum sind Geisterfahrer die freundlichsten Menschen? Hm, weiß nicht. Weil sie so entgegenkommend sind. Ach, Entschuldigung, ich musste niesen. Ui, 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 ui. Warum ist der Schwanz im Knast? Weil er es kann. Weil er gestanden hat. Oh Mann. Ich hatte gerade einen, warte. Äh, gehen zwei Minuten durch Mainz. Meint die eine, Mainz ist ein Dreckstoff. Meint die andere, Mainz auch. Okay. Ähm. Wir heißen die vier Lieblingsflüsse von Paris Hilton. Weiß ich nicht. Rein in mein Po. Oh Mann. So, jetzt hab ich mir wirklich so eine richtige, ernst gemeinte Frage. Wenn Katholiken auf eine Demonstration gehen, ja? Sind es dann Protestanten? Wo sind jetzt die scheiß Dorn? Das kann nicht sein, dass hier nur zwei waren. Ne, da rechts ist ein Toter und weiter von der Haus ist noch ein Ganzer. Was ist da dein Alarm zum Frühstück? Leberwurst. Butterbrot. Boah, Alter, ey. Hattest du das schon? Wie heißt ein Pinguin auf einer Schaufel? Ne. Ein Schwinguin. Ein Schwinguin. Schwinguin? Ja. Nee. Was ist, was ist grün, klein und dreieckig? Ist er am... Dreieckig. Ja. Muss der drauf kommen? Weiß nicht. Ein kleines grünes Dreieck. Ach, ja, sowas. So Quatsch, ja. Hier ist wieder ein Zimtvorkommen, das muss ich mir leider holen. Ja, ja, passt schon. Wie heißt die Frau von Herkules? Yes. Graukules. Ja. Was ist grau, klein und dreieckig? Weiß ich nicht. Der Schatten von kleinen grünen Dreieck. Witzel, die aufeinander aufbauen. Was hast du, wenn du Eier am Knie hast? Was hast du, wenn du Eier am Knie hast? Nicht Eier am Knie? Genau. Achso, okay. Und was hast du, was hast du, wenn du Eier am Ellbogen hast? Eier am Ellbogen? Ja. Was hast du, wenn du Eier am Kinn hast? Eier am Kinn? Nein, schwarze Mund. Ah. Okay. Verstanden. Okay, gut. Was fängt mit Z an und schwimmt im Wasser? Ein Zwisch. Zwei Enten. Was passiert mit deinem blauen Schuh, der ins rote Meer fällt? Der wird nass. Ja. Nach rechts. Ich bin hier permanent im Dauerkampf. Ja, wir haben auch alles gepullt, was hier ist. Ja. Und da oben, den kann ich looten. Das mache ich jetzt mal. Ja, da ist noch ein Gegner. Warum trinken Mäuse keinen Alkohol? Ähm. Weiß nicht. Weil sie Angst vor dem Kater haben. Ja, die Geschichte kenne ich. Okay. Ah. Oh, Mann. Warte. Ich suche mal eine bessere. Ich folge dir mal. Oder nee, warte. Ich helfe dir bei dem Kampf. Mache ich Auto-Attack. Oh, Mann. Kannst du dich noch erinnern? Ich habe erfolgreich die Uni abgeschlossen gerade eben. Äh, ja. Ja. Ja, das war ja irgendwie... Oh, das Lern des, gell? Das kriegst du. Das ist wichtig. Ähm. Das war ja irgendwie Horst, äh, 53 und dann, ähm, hier Hausmeister. Ne? Und jetzt gibt es... Pass auf, jetzt nochmal. Ich habe erfolgreich die Uni abgeschlossen. Kevin, 37 Straßenfäger. Verstehst du den? Nie abgeschlossen. Achso. Kevin und so. Ja. Richtig schlecht. Hm, hm. Okay. Undyxia-Witz. Ähm. 40 Jäger tüten Onyxia in 4 Minuten. 40 Magier tüten Onyxia in 2 Minuten. 40 Paladine überleben 4 Monate. Hahaha. Du hast es. Okay. Ich bin jetzt auf www.witze.blogspot.de. Ja, pass auf. Ähm, einen habe ich noch. Okay, einen hat er noch. Wir sind hier... Lass mal die Quest abgeben und die Folgequests annehmen. Dann müssen wir garantiert da auch wieder hin. Ja, okay. Ähm, was ist bei dem Wort Cheese-Pulver das Wichtigste? Pulver? Cheese? Ne, dass man, äh, das I nicht mit dem E-Tausch vertauscht. Was? Na, dass man das I und das E nicht vertauscht. Scheiß-Pulver, ach Gott. Ja, da tütsch. Äh, komm, lass den auch trüten. Wir brauchen ja die Länge. Ja, bitte. Ach, jetzt, weißt du, bis jetzt ist 19? Ja. Aber ich hab' gesagt vorhin, dass da auch noch eine halbe Stunde. So. Zack. Dien-Skill-Punkte! What the f- Was sind das für Witze? Das weiß ich. Spiele-Gespräch. Spiele 1. Was macht unsere Gilde eigentlich zu Weihnachten? Spiele 2. Weihnachten? War da nicht Jesus-First-Kill? Spiele 1. Ne, da war doch Jesus-Spawn. First-Kill war Ostern, kurz vor dem Respawn. Oh, Mann. Das ist ja so dumm. Das ist ja noch dümmer als dumme Witze.de. Wir haben hier, wir können hier übrigens, oh Gott, wir haben hier eine Quest geschafft, gell, in fast zwei Folgen. Ja. Ja, aber wir haben viele Witze vorgelesen, also. Ja, das stimmt. Unterhaltung pur. Okay, Folge Quest. Blutsplitter, wie viel will er denn haben? Okay, ich kann die gleich abgeben, die Folge Quest, das ist sehr gut. Einen. Okay, den habe ich. Okay, das ist ja easy. Und noch eine Quest. Noch eine, alter. Tötet Nackt kurz, lockt Orkflug und bringt, quetscht Zahnenkämter. Achso, ihre Schädel, okay. Und hier kann man jetzt Agamanskraft für die Blutsplitter. Da hast du jetzt hier verschiedene Buffs. Agamang Geist. Mit großer Geschwindigkeit. Ich mache den Geist. Erhöht das Bewegungstempo, fünf Minuten lang. Hui. Hm. Die Willenskraft, was? Was hast du genommen? Äh, Geist. Ach, Geist des Windes. Mhm. Ja, nehme ich das auch, bevor du von mir wegläufst. Ich fühle mich nicht schneller, aber gut. Ich auch nicht. Aber... Okay, alles klar. Ähm. Und jetzt? Was haben wir denn noch für Quests? Wir haben... Ganz oben, Offiziere der Hapien. Ja, wir haben immer noch die eine Quest hier mit den Stachelhauern. Ach, das ja auch noch, ja. Und... Meldung bei Katra... Gordon? Nee, Eierjagd können wir jetzt mal machen. Das wäre... Eierjagd? Ja, hier noch ein bisschen weiter rein. Ich weiß nicht... Wo habe ich denn Eierjagd? Ach, da habe ich Eierjagd. Mh. Ja, guck. Ich weiß, die, was er uns gegeben hat, die wir ganz hinten bei, ähm... Krall der Klinghauer, fast in der Nähe. Lass uns mal Richtung Eierjagd hingehen. Die Quest machen. Beim Zurückgehen dann hier die restlichen Stachelhäber töten. Bei beide Quests geben wir ein Wegekreuz ab. Ja, das brachnend. Das ist schön. Oh Gott, was wird mir jetzt geschickt? Nix. Oh Gott, oh Gott. Ähm. Ja, habe ich mit ihm gedacht. Okay. Ich auch. Deswegen wollte ich da eigentlich bloß nur noch hingehen und da die Folge dann beenden. Ja. Weißt du, was zum Kotzen wird? Nein. Die Onyxia Prequest. Rexa suchen. Ja. Rexa geht. Pass auf. Death or Last Feralas den ganzen Weg entlang. Die ganze Straße geht er entlang. Ja. Zwischen diesen zwei Ländern. Es ist zum Kotzen, den Hund zu finden. Ja. Und ich würde sagen, nee, wir sind noch nicht da. Aber wir... Ich würde sagen, wir hören hier einfach auf, oder? Hier bei dem Kopf hervorkommen. Ja. Ja. Bist du schon müde? Geht. 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 Okay. Also, Leute. Tschüss. Tschüss. Pieh. Tschüss. 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 St Belge. Natürlich. Tschüss. 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 Musik